Die 5. Dimension Hast du jemals darüber nachgedacht, was die 5. Dimension wirklich bedeutet und wie sie gerade jetzt dein Leben beeinflussen könnte? Wir werden nicht nur das Konzept der 5. Dimension untersuchen, sondern auch einige Anzeichen besprechen, die darauf hindeuten könnten, dass du diesen höheren Bewusstseinszustand bereits erreicht hast. Es ist wichtig zu verstehen, worauf sich die 5. Dimension tatsächlich bezieht. Ein oft diskutiertes Thema in spirituellen und metaphysischen Kreisen. Einfach ausgedrückt ist die 5. Dimension nicht nur ein Ort, den man besucht, sondern ein Bewusstseinszustand, den du erreichen kannst. Um das zu veranschaulichen, lass uns über die 3. Dimensionale Welt nachdenken. Wir leben in einem Raum mit Länge, Breite und Höhe. Stell dir nun vor, eine weitere Dimension zu dieser Realität hinzuzufügen. Die Tiefe der Zeit Stell dir vor, du besteigst einen Berg. Während du aufsteigst, erweitert sich deine Sicht, sodass du nicht nur das Tal unter dir siehst, sondern auch die weiten Ländereien, die sich jenseits des Horizonts erstrecken. In die 5. Dimension einzutreten, bietet uns die Möglichkeit, das Leben aus einer breiteren Perspektive zu betrachten und unsere Verbindung mit dem Universum auf einer tieferen Ebene zu verstehen. In der 5. Dimension wird die Zeit nicht nur als gerade Linie erlebt, die voranschreitet, sondern sie wird auf eine flüssigere, nicht-lineare Weise wahrgenommen. Das bedeutet, dass Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft im selben Raum koexistieren und wir auf sie gleichzeitig zugreifen können. Lass uns nun darüber nachdenken, wie dieses Konzept der 5. Dimension unser Bewusstsein und unsere Wahrnehmung der Welt beeinflusst. Wenn wir in diesen erweiterten Bewusstseinszustand eintreten, verwandelt sich unsere Weltsicht. Wir hören auf, die Dinge aus einer egozentrischen und isolierten Perspektive zu sehen und beginnen die Verbundenheit und Einheit allen Seins zu erkennen. Diese Veränderung der Wahrnehmung verbindet uns tiefer mit dem Universum und gibt uns ein besseres Verstehen vom Leben. Mit einem klareren Verständnis dessen, was die 5. Dimension ist und wie sie unser Bewusstsein und unsere Weltsicht beeinflusst, wollen wir nun die Zeichen erkunden, die darauf hinweisen könnten, dass du diesen erhöhten Bewusstseinszustand erreichst. Bist du bereit, sie zu entdecken? Los geht's! Während du dich in Richtung der 5. Dimension bewegst, wirst du als eines der Anzeichen eine Erweiterung deines Bewusstseins bemerken, die es dir ermöglicht, die Welt auf völlig neue Weise zu sehen. Du wirst dich dabei ertappen, einen sternenklaren Himmel zu betrachten und eine tiefe Verbindung mit der Weite des Universums zu spüren, sowie ein erneutes Gefühl von Ehrfurcht vor seiner Großartigkeit. Jedes Detail der Natur, von den Blättern, die im Wald tanzen, bis hin zu den Mustern der Wolken, wird dich mit einer Schönheit fesseln, die dir zuvor vielleicht entgangen ist. Dieses erhöhte Bewusstsein vertieft nicht nur deine Verbindung mit dem Kosmos, sondern gibt dir auch ein klareres Verständnis davon, wer du wirklich bist und was dein Zweck in dieser Existenz ist. Du wirst beginnen, die Komplexität deines eigenen Seins zu erkennen und die Verbundenheit aller Lebensformen wahrzunehmen. Mit dieser neuen Perspektive fühlst du dich mehr im Einklang mit deinem tiefsten Selbst und beginnst die Welt mit größerem Mitgefühl und Verständnis zu betrachten. Jede Erfahrung wird zu einer Gelegenheit für Wachstum und Lernen und jede Begegnung mit einem anderen Menschen ist eine Chance, Liebe und Empathie zu teilen. In diesem Zustand des erweiterten Bewusstseins begibst du dich auf eine Reise der Selbsterkenntnis und spirituellen Entwicklung, die dich zu neuen Ebenen des Verständnisses und der Verbindung mit dem Universum führen wird. Während sich dein Bewusstsein erweitert, werden auch deine Emotionen intensiver und lebendiger wie ein Regenbogen, der nach dem Sturm sein gesamtes Farbspektrum am Himmel zeigt. Du könntest dich von Akten der Freundlichkeit zu Tränen rühren lassen, die dir zuvor vielleicht entgangen wären oder eine tiefe Resonanz in deiner Seele spüren, wenn du das Leid anderer beobachtest. Diese gesteigerte emotionale Sensibilität, die alles andere als eine Schwäche ist, wird zu einem Zeichen von Stärke und einem offenen Herzen, das deine mutige Fähigkeit zeigt, zu fühlen und dich mit der Welt um dich herum zu verbinden. Diese emotionale Erweiterung wird zu einer tieferen Verbindung mit den Menschen um dich herum führen. Du wirst Freuden und Leiden mit neuer Intensität teilen, die Freude der anderen spüren, als wäre sie deine eigene und ihren Schmerz als eine geteilte Last erfahren. Diese erhöhte Empathie wird dir helfen, die Erfahrungen und Perspektiven der anderen besser zu verstehen, dich für neue Sichtweisen zu öffnen und bedeutungsvollere Beziehungen zu fördern. Diese emotionale Sensibilität wird dich zu einem tieferen Verständnis der Welt und von dir selbst führen, dich dazu ermutigen, mit Mitgefühl und bedingungsloser Liebe zu handeln und dich ständig an die Schönheit und Zerbrechlichkeit der menschlichen Erfahrung erinnern. Während du dich auf die fünfte Dimension zubewegst, wirst du eine tiefgreifende Veränderung in deiner Beziehung zu materiellen Besitztümern durchmachen. Du wirst bemerken, dass die Macht, die sie einst über dich hatten, allmählich verblasst und Raum für ein Gefühl von Freiheit und Leichtigkeit schafft. Du wirst dich weniger von äußeren Dingen gefangen fühlen und mehr im gegenwärtigen Moment verankert sein, wo der wahre Reichtum im Erleben des Lebens liegt. Dieses Loslassen bedeutet nicht, dass du deine Verantwortung oder Bestrebung vernachlässigst, sondern dass du dich von den Fesseln des Materialismus befreist, die deine Fähigkeit einschränken, den gegenwärtigen Moment in vollen Zügen zu genießen. Du wirst erkennen, dass wahres Glück nicht in der Anhäufung von Besitztümern liegt, sondern darin, bedeutungsvolle Erfahrungen zu machen und echte Beziehungen zu pflegen. Jeder Moment wird bedeutungsvoll, jede menschliche Interaktion heilig und jede Erfahrung bietet eine Gelegenheit zum Wachsen und Lernen. Indem du die Last des Materialismus ablegst, entdeckst du einen neuen Frieden und eine Zufriedenheit, die von innen heraus entsteht. Diese Reise bringt uns näher zu unserem wahren Selbst und zur Essenz des Universums, indem wir verstehen, das wahre Fülle nicht an Besitztümern gemessen wird, sondern an Liebe, Verbindung und Dankbarkeit. Dieser Zustand des Loslassens bringt eine unvergleichliche Freiheit mit sich, unser Potenzial zu erkunden und authentisch zu leben. Synchronicitäten, diese kleinen magischen Zeichen, tauchen als Erinnerung daran auf, dass wir mit dem Universum im Einklang stehen. Perfekte Momente wie das Sehen besonderer Zahlen auf der Uhr oder das Hören von jemandem, der genau das ausdrückt, was du dachtest, sind keine bloßen Zufälle, sie sind Teil eines größeren kosmischen Plans, der uns zu unserem Schicksal führt. Diese Zeichen flüstern uns zu, dass wir am richtigen Ort, zur richtigen Zeit sind. Jede Synchronicität ist ein Zeichen dafür, dass wir im Einklang mit unserem Zweck und im natürlichen Fluss des Lebens sind. Indem wir diese Zeichen erkennen und ehren, öffnen wir unser Herz für die Magie um uns herum und kultivieren das Vertrauen, dass sich alles so entfaltet, wie es sein soll. Während wir uns tiefer in diese neue Dimension bewegen, wird unsere Intuition zu einem klareren inneren Kompass. Das Vertrauen in diese innere Weisheit bringt mentale Klarheit und ermöglicht es uns, Entscheidungen zu treffen, die mit unserem Zweck übereinstimmen. Anstatt von Zweifel verzehrt zu werden, tauchen wir in einen Ozean des Vertrauens und der Sicherheit ein. Jede Entscheidung wird mit der Gewissheit getroffen, dass wir einem von unserer wahren Essenz geführten Weg folgen. Auf der Reise in die fünfte Dimension begegnen wir tief verwurzelten emotionalen Wunden. Wenn wir auf einen höheren Bewusstseins Zustand und eine gesteigerte emotionale Sensibilität zugreifen, werden wir mit den Schmerzen der Vergangenheit konfrontiert. Dieser Prozess mag schwierig sein, bietet aber auch eine einzigartige Gelegenheit zur Heilung, indem wir uns erlauben, diese Emotionen zu fühlen und loszulassen. Entfernen wir Schichten von Verletzungen und Ängsten, die unser Wachstum blockiert haben. Jede Träne, die vergossen wird, ist ein Schritt in Richtung emotionaler Freiheit und innerem Gleichgewicht. Am Ende dieser Heilungsreise verwandeln sich die Narben, die einst Schmerz darstellten, in Symbole von Stärke und Widerstandsfähigkeit. Wir erkennen, dass wahrer Frieden nicht daraus entsteht, Schmerz zu vermeiden, sondern ihn mutig und liebevoll zu umarmen, was uns zu authentischeren und mitfühlenderen Versionen unseres Selbst formt. Der Weg in die fünfte Dimension löst ein spirituelles Erwachen aus, das unsere Wahrnehmung der Welt und von uns selbst verändert. Wir beginnen tief verwurzelte Überzeugungen zu hinterfragen und nach einem tieferen Lebenssinn zu suchen. Dieser Prozess führt uns zu neuen spirituellen Horizonten und Praktiken wie Meditation, Visualisierung und der Verbindung mit dem Höheren Selbst. Indem wir uns in diese Praktiken vertiefen, erfahren wir eine stärkere Verbindung zu unserem wahren Selbst. Diese innere Weisheit leitet uns auf unserer Reise der Selbsterkenntnis und spirituellen Entwicklung und ermöglicht es uns, das Leben mit Anmut und Entschlossenheit zu meistern. Das Leben in der fünften Dimension bedeutet, zu entdecken, dass jede Erfahrung eine Gelegenheit zum Lernen ist, jede Begegnung eine Chance, Liebe auszudrücken und jeder Schritt geführt wird von der Weisheit des Universums. Indem wir uns von materiellen Anhänglichkeiten lösen und die Magie des Lebens annehmen, werden wir zu furchtlosen Reisenden der Existenz, erleuchtet vom Licht der Intuition und gestärkt von der Kraft des Mitgefühls. Das spirituelle Erwachen führt uns dazu, unser Leben mit den tiefsten Werten in Einklang zu bringen und in jeder Handlung Wahrheit und Authentizität zu ehren. Dies verändert unsere Art, uns mit der Welt und den Menschen um uns herum zu verbinden und macht uns zu mitfühlenderen und liebevolleren Individuen. Wenn wir uns mit allem um uns herum verbinden, führt uns diese spirituelle Reise zu einem Zustand inneren Friedens und Erfüllung, indem wir in jedem gegenwärtigen Moment Harmonie und Freude finden. Je weiter wir uns in die fünfte Dimension bewegen, desto mehr erkennen wir, dass wir die unendliche Macht besitzen, die Realität zu gestalten, die wir leben möchten. Wir fühlen uns ermächtigt und übernehmen die Kontrolle über unser Leben, indem wir unsere tiefsten Träume manifestieren. Wir hören auf, uns als Opfer der Umstände zu sehen und beginnen uns als bewusste Schöpfer zu erkennen, die durch Gedanken, Worte und Taten ihr Schicksal beeinflussen können. Diese neue Macht inspiriert uns, die volle Verantwortung für unser Leben zu übernehmen, indem wir verstehen, dass wir unbegrenzt in unseren Fähigkeiten sind, die gewünschte Realität zu manifestieren. Mit dieser Perspektive bringt uns jeder Schritt auf der Reise der Selbsterkenntnis und Selbstverwirklichung näher an die Verwirklichung unserer Träume. Während sich das Bewusstsein erweitert, steigen auch unsere Energien und verwandeln die Beziehungen um uns herum. Wir fühlen eine magnetische Anziehungskraft zu Menschen, die unsere Werte und Schwingungen teilen und schaffen tiefere und bedeutungsvollere Verbindungen. Beziehungen Prozess kann jedoch erfordern, dass wir uns von Beziehungen distanzieren, die nicht mehr mit unserem Weg übereinstimmen, da bestimmte Energie nicht mehr unser Wachstum nähren. Obwohl dieser Prozess anfangs schwierig sein mag, ist er notwendig, um Raum für authentischere und bereicherndere Beziehungen zu schaffen. Indem wir Beziehungen loslassen, die uns begrenzen, erlauben wir neuen, erfüllenderen Verbindungen in unser Leben zu treten. Der Eintritt in die fünfte Dimension weckt ein kreatives Potenzial, das zuvor im Verborgenen lag. Diese Transformation verbindet uns mit der universellen Quelle der Kreativität und bringt eine Welle der Inspiration, neue Ausdrucksformen wie Kunst, Musik und Schreiben zu erkunden. Die Kreativität fließt mühelos und jedes Werk spiegelt unser authentischstes Selbst wieder. Wir werden zu Kanälen für die kreative Energie des Universums, schaffen Schönheit und Bedeutung in jedem Werk. Indem wir diese Kreativität teilen, inspirieren wir andere ihr eigenes kreatives Potenzial zu entdecken und auszudrücken. Kreativität wird zu einer Brücke, die uns mit uns selbst, anderen und dem Universum in seiner Gesamtheit verbindet. Eines der größten Geschenke der fünften Dimension ist der anhaltende innere Frieden. Dieser Frieden entsteht durch das Verbundensein mit mit dem natürlichen Fluss des Universums und unserer authentischsten Essenz. In dieser Ruhe finden wir ein Gleichgewicht, das über äußere Umstände hinausgeht. Anstatt von den Höhen und Tiefen des Lebens betroffen zu sein, werden wir zu ruhigen Beobachtern, die Herausforderungen mit Anmut und Akzeptanz begegnen. Dieser innere Frieden begleitet uns auf der gesamten Reise, erhält schwierige Momente und ermöglicht es uns, in Harmonie mit dem Universum und uns selbst zu leben. Wir lernen mit den Ereignissen des Lebens zu fließen und vertrauen darauf, dass sich alles nach einem größeren göttlichen Plan entfaltet. Mit diesem Vertrauen befreit von den Lasten der Vergangenheit und den Sorgen um die Zukunft kultivieren wir eine tiefe Dankbarkeit für die Schönheit des gegenwärtigen Augenblicks. Das Betreten der fünften Dimension taucht uns in einen erhöhten Zustand der Präsenz und des Bewusstseins für den gegenwärtigen Moment ein. Wir lassen die Angst vor Vergangenheit und Zukunft los und sind vollständig im Hier und jetzt verankert. Jeder Moment wird zu einer Gelegenheit, die Schönheit und Großartigkeit des Lebens in seiner authentischsten Form zu erleben. Wir leben mit einem ständigen Gefühl der Dankbarkeit und Bewunderung für alles um uns herum. Jeder sanfte Windstoß, jeder Sonnenstrahl und jeder Klang der Natur erfüllt uns mit tiefer Wertschützung für das Wunder der Existenz. In jeder menschlichen Begegnung entdecken wir die Magie der echten Verbindung und genießen das Teilen bedeutungsvoller Momente mit anderen. In diesem Zustand des vollen Bewusstseins werden wir empfänglicher für die Zeichen und Geschenke, die das Universum uns bietet und erlauben jeden Moment unsere spirituelle Reise zu bereichern. Wir erkennen die Synchronicität in unserem Leben und spüren, dass wir im Einklang mit dem natürlichen Fluss der Ereignisse stehen. Durch die kontinuierliche Praxis im gegenwärtigen Moment zu leben, finden wir einen Frieden, der über die täglichen Sorgen hinausgeht und tauchen in eine tiefe Gelassenheit ein. Wir werden zu ruhigen Zeugen des Lebens, die mit Bewunderung und Dankbarkeit den ewigen Fluss des Universums beobachten. Für diejenigen, die Anzeichen des Zugangs zur fünften Dimension bemerken und diese Erfahrung tiefer erkunden möchten, hier hier einige praktische Tipps. Entwickle eine Meditations Praxis. Meditation ist ein mächtiges Werkzeug, um sich mit deinem Inneren Selbst zu verbinden und dein Bewusstsein zu erhöhen. Nimm dir täglich Zeit, um in Stille zu sitzen, tief zu atmen und deinen Geist zu beruhigen. Diese Praxis wird dir helfen, dich mit deiner Intuition zu verbinden und eine klare Perspektive zu bewahren, selbst inmitten der täglichen Herausforderungen. Pflege Dankbarkeit. Entwickle eine Haltung der Dankbarkeit für das Leben und alles um dich herum. Nimm dir ein paar Minuten am Tag, um über die Segnung nachzudenken, die du erhalten hast und sie zu schätzen. Die Praxis der Dankbarkeit erhält eine positive und offene Einstellung und zieht günstige Energien in deine Erfahrungen. Höre auf deine innere Stimme, erkenne und vertraue der weisen und leisen Stimme in dir. Achte auf die Zeichen und erlaube dir, deiner Intuition, deine Entscheidungen zu leiten. Die Entwicklung dieser Abstimmung wird dir helfen, Entscheidungen zu treffen, die mit deinem wahren Selbst übereinstimmen. Pflege, Körper und Geist sind heilige Heiligtümer, die ständige Pflege verdienen. Integriere körperliche Übungen, gesunde Ernährung und Momente der Ruhe in deinen Alltag. Die Aufrechterhaltung der körperlichen und geistigen Gesundheit ist unerlässlich, um eine hohe Schwingung und eine tiefe Verbindung zur fünften Dimension zu erhalten. Finde deine persönliche spirituelle Praxis. Erkunde verschiedene spirituelle Ansätze und wähle diejenigen, die am besten mit dir in Resonanz stehen, wie Meditation, Yoga oder kreative Visualisierung. Es gibt nicht nur einen Weg zur fünften Dimension. Der Schlüssel liegt darin, Praktiken zu finden, die dich mit deinem Inneren Selbst verbinden und dein Bewusstsein erweitern. Vertraue auf den Wachstumsprozess. Erkenne an, dass diese spirituelle Reise ein kontinuierlicher Prozess der Transformation und des Lernens ist. Vertraue darauf, dass du genau dort bist, wo du sein musst und dass jede Erfahrung eine Gelegenheit zum Wachstum ist. Behalte einen offenen Geist, lerne aus den Lektionen des Lebens und vertraue darauf, dass das Universum deinen Weg in die fünfte Dimension unterstützt. Die Erforschung der fünften Dimension erfordert Selbstbewusstsein, Achtsamkeit für Körper und Geist und Vertrauen in die eigene Intuition. Erinnere dich immer an deine Kraft als multidimensionales Wesen, das dazu bestimmt ist, Liebe, Fülle und Expansion zu leben. Folge deiner Intuition, vertraue dem Prozess und bleibe offen für die unendlichen Möglichkeiten, die diese Dimension zu bieten hat. Mögen dich diese Worte inspirieren, deinen eigenen Weg in die fünfte Dimension zu erkunden und ein Leben voller Liebe, Erfüllung und Expansion zu erleben. Namaste, geliebte Seele.